Guten Abend und willkommen zur Lokalzeit fürs Bergische Land an diesem winterlichen Mittwoch. Und wir gucken gleich auf den Knatsch im bergischen Städte-Dreieck und zwar in Sachen Outlet-Center. Und wir haben auch noch diese Themen für Sie. Es hat schon was von Reviermarkieren und Machtgehabe. Wer war zuerst da bei den Plänen für ein Outlet-Center? Mittlerweile wollen ja alle drei bergischen Großstädte ein eigenes. Und zwischen Remscheid und Wuppertal gibt's Knatsch. Schremscheid überlegt, gegen das geplante FOC in Wuppertal zu klagen. Und Wuppertal sieht sich natürlich im Recht. Und um den Outlet-Wahn im Bergischen geht es morgen Abend auch beim WDR 5-Stadtgespräch. Der WDR lädt Sie ein, mitzudiskutieren. Morgen in der alten Papierfabrik in Wuppertal. Einlass ist um 19 Uhr und kostet natürlich nichts. Ab 20 Uhr wird das Stadtgespräch dann auch live auf WDR 5 übertragen. Mehr Infos dazu auch auf unserer Homepage wuppertal.wdr.de. Und jetzt sind wieder Sie gefragt bei unserem Lokalzeit-Rätsel. Henrike Modest war unterwegs im Bergischen. Die große Frage, wo? Genau, also wenn Sie eine Idee haben, dann ist die 0800 5678 300 die richtige Durchfall. 0800 5678 300. Und zu gewinnen gibt es natürlich unsere Lokalzeit-Tassen und entweder die DVD Wunderschön über die Wuppertal oder eins der Bücher 50 Dinge, die ein Nordrhein-Westfalen mal getan haben muss oder 99 Lieblingsorte in NRW. Mit ein bisschen Glück quatschen wir hier dann gleich miteinander. Und wir machen weiter mit den Nachrichten des Tages. Kurz und kompakt. Ein Lkw-Unfall hat heute auf der A46 für lange Staus gesorgt. Der Lastwagen war heute Mittag in eine Leitplanke gefahren und hatte sich quergestellt. Erst Stunden später konnte er geborgen werden. Die A46 war für die Bergungsarbeiten teilweise gesperrt. Ein 10 Kilometer langer Stau war die Folge. Im Bergischen Land kommen einige Kommunen offenbar an den Rand ihrer Aufnahmemöglichkeiten für Flüchtlinge. Der Rheinisch-Bergische Kreis sollte schon am Montag Platz für 500 weitere Flüchtlinge geschaffen haben. Aber daraus wurde nichts. Und die Hilfsbereitschaft der Bergischen ist weiter ungebrochen. Aber die Koordinierung der Spenden, ob für Flüchtlinge oder andere Hilfsbedürftige, wird immer schwieriger. Soweit unsere Nachrichten des Tages kurz und kompakt. Die Freude, sie war nur von kurzer Dauer. Ja, das insolvente Unternehmen Strauß Innovation in Langenfeld hat einen Investor gefunden. Gestern haben wir ja auch schon kurz darüber berichtet. Jetzt wird aber klar, mit dem Logistikzentrum in Solingen ist Schluss. Die Mitarbeiter da sollen entlassen werden. Und hunderte weitere Angestellte bei Strauß müssen um ihren Job bangen. Winter im Herbst hatten wir heute ja plötzlich. Und wie das so ist mit den ersten Schneeflocken. Da gibt es dann direkt einen Riesenansturm auf die Autowerkstätten im Bergischen. Hochbetrieb da also. Und ein Tempo beim Reifenwechsel. Gut, nicht ganz so wie in der Formel 1, aber ziemlich beeindruckend. Und das war erst der Anfang. Es herrscht Ärztemangel in ländlichen Gebieten. Das ist bekannt. Und auch im Bergischen ist das gerade für ältere Leute ja ein großes Problem, wenn sie weite Wege auf sich nehmen müssen. In Lindlar müssen das aber einige jetzt nicht mehr. Da kommt der Teledoc. Der Hausarzt Thomas Aßmann hat es erfunden. Und für seine Patienten heißt das, sie können ganz bequem zu Hause bleiben. Super Erfindung aus dem Bergischen. Und wir kommen jetzt zu unserer Rätselauflösung. Wolfgang Sandrock aus Solingen habe ich in der Leitung. Guten Abend, Herr Sandrock. Guten Abend. Was haben wir denn gesucht? Ja, das buddhistische Zentrum in Wuppertal. Genau, und zwar das thailändische buddhistische Zentrum. Ja, okay, Thailand, Buddhismus, beide. Ja, das sage ich dazu, weil es gibt wohl mehrere hier in Wuppertal. Aber ist auf jeden Fall richtig. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben auch schon gesagt, was Sie gerne hätten. Die 99 Lieblingsorte, das Buch. Ja, das wäre sehr nett von Ihnen. Schicken wir Ihnen auf jeden Fall zu. Und jetzt müssen Sie noch mal erklären, wie Sie darauf gekommen sind. Waren Sie da schon mal drin in dem Zentrum? Ja, ich bin Wuppertaler und gerade für den Buddhismus interessiere ich mich ziemlich stark und finde da eine echt gute Religion. Und ja, dadurch kennt man es eben. Und waren Sie dann auch schon mal in Thailand oder überhaupt in Asien? In Indien, ja. Aha. Und da dann auch direkt Kontakt mit Buddhisten gehabt, dass Sie so inspiriert sind? Ja, ja, da haben wir schon mal eine Futscha mitgemacht, beim Motorradfahren. Also war schon was. Das glaube ich. Ja, und Henrique Madest war eben heute da und im Moment ist da in dem Wattam nämlich ein besonderer Mönch. Hier sehen wir ihn gleich. Sensationell jung, gerade mal zehn Jahre alt. Der ist da Novize und macht da eben die Ausbildung zum Mönch. Und den hat Henrique Madest getroffen. Und wenn Sie gerade kein Glück hatten, es gibt nochmal die Chance auf zwei Lokalzeit-Tassen bei unserem Zusatzrätsel auf Facebook. Kommen Sie hin zum Beispiel über unsere Homepage wuppertal.wdr.de. Und wer gewonnen hat, das losen wir dann morgen Nachmittag aus, auch auf Facebook. Ja, was bleibt, wenn ein Mensch gestorben ist? Das ist ganz praktisch gesehen vor allem viele Sachen. Oft müssen Angehörige dann einen ganzen Haushalt auflösen. Manchmal, selten, gibt es da richtige Schätze, tolle Möbel, die man nur ein bisschen aufarbeiten muss. Ganz oft aber sind es für Angehörige natürlich die persönlichen Erinnerungen, die die Dinge wertvoll machen. Auch für Matthias Wohland in Remscheid, dessen Mutter ist vor kurzem gestorben. Das wäre auch auf jeden Fall zu schade, das zu verschrotten. So, und es war wirklich nur ein Winter intermezzo, das wir heute hatten. Ab morgen wird es nämlich langsam wieder etwas wärmer bei uns im Bergischen. Wir gucken auf die. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, 18 Uhr und halb acht. Und jetzt geht es hier im WDR nach der Tagesschau weiter mit dem NRW-Duell. Und danach sehr zu empfehlen, Frau Heinrich kommt, diesmal unterwegs in Amsterdam mit dem Singer-Songwriter Klöso. Ich wünsche Ihnen also einen schönen Abend und bis morgen. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.